Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat dem Bundesbankvorstoß für eine Rente mit 69 auf seiner Sommerreise in Essen eine Absage erteilt. Und zwar eine deutliche. Wenn ich Banker bei der Bundesbank wäre, dann kann ich auf solche Ideen kommen. Das sind alles Leute mit hohem Einkommen, geringer körperlicher Belastung und einer hohen Lebenserwartung und sehr großen Renten. Ein Facharbeiter, eine Verkäuferin, eine Krankenschwester und eine Altenpflegerin hält das für eine bekloppte Idee. Ich auch.